Alle drei Systeme, das hatten wir ja auch schon früher gesagt, im Bereich der Psychoneuroimmunologie stehen in einem engen Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig. Und so arbeite ich schon seit vielen Jahren an der Idee, ganz intensiv seit einem Jahr, ein Produkt oder eine Produktgruppe zu identifizieren, die Psyche, Nervensystem und Immunsystem gemeinsam stärken können. Wichtig ist hier das Begriff der Begrifflichkeit gemeinsam in der Ganzheitlichkeit. Und da sind wir durchaus auf einem guten Weg. Mit einem Vitality-Shot sind wir in der Lage, mit Vitaminen, Mineralstoffen, mit Spurenelementen die Psyche zu unterstützen, das neuronale System zu unterstützen, aber auch das Immunsystem. Mit einem Turmeric-Shot, mit Kurkuma in dem Fall ganz besonders, aber auch mit dem Herbal Hero sind wir in der Lage, Psyche, Nervensystem und Immunsystem zu unterstützen. Im Herbal Hero möchte ich erwähnen, Quercetin, Löwenzahnextrakt sind ganz wichtige Substanzen, die hier eine entscheidende Rolle bei der Stärkung von P, N und I spielen.